ja leute ich hab das also ihr habt das schon mitbekommen das text also ihr könnt ihr könnt ihr schon am titel lesen balkon chillen in diesem netz also in dem nächsten video und in den ersten video hat gesagt balkon chillen das werde ich heute machen und heute wie wir also heute machen ein anderes also diesen wieder andere machen also nicht schellen sondern es geht man um es geht momentan nicht challenge geht also ja ich mache mir so das video kommt jetzt so ja ich könnte schon lesen wegen koronavirus challenge nicht das heißt das heißt ja leute die er so ihr fragt ihr fragt ihr sicher wegen koronavirus challenge nicht das ist ein bisschen komisch also ein bisschen komisch es ist so leute ich habe mir diesen namen ausgesucht also erstens es ist wegen koronavirus es ist jetzt koronavirus zeit immer noch also schon länger und ja es darf man nicht als mich fünf oder sechs mit auf nur fünf personen und ja eigentlich haben eigentlich haben wir nicht fünf personen eigentlich bin ich immer zwei zwei personen challenge fußball aber leute traut dem ich habe keine lust bis jetzt macht schon challenge aber irgendwie geht es nicht weil einmal es nicht richtig ich muss es muss richtig geben damit das hätte in diesem video damit ich hätte mit hand machen damit ich mal stelle und wegen dem auch kein challenge video und auch kein fußball und dann möchte sagen ja leute es tut mir leid es kommt keine challenge wie ihr habt euch immer gefreut wenn kommt challenge wenn kommt challenge aber leute es geht momentan nicht das kann ich euch versprechen und wenn das geht mal dann melde ich euch wenn das wieder challenge geht aber leute es geht noch sehr lange bis koronavirus vorbei ist leute aber wir machen trotzdem die die daumen drücken und dann hoffentlich mit koronavirus vorbei sein aber das weiß man nicht ob koronavirus von vorbei ist oder nicht oder das weiß man noch nicht und bis jetzt in der letzten zeit in der letzten zeit habe ich nicht von koronavirus gehört weil momentan nicht in der letzten zeit in der letzten zeit habe ich nicht radio gehört nur musik sonst nichts aber leute trotzdem die daumen hoch wenn koronavirus vorbei ist oder nicht aber ich denke es wird eh nicht vorbei es könnte noch ein jahr dauert oder zwei jahre weiß ich nicht aber wenn ihr das wieder gefällt gibt es ein daumen hoch und vergessen zu liken diesem video und kommentiert die letzten bild auf instagram hashtag challenge wieder machen oder ein anderes challenge wenn wir sagen aktiv ist die glocke dann erfährst du immer eine neue benachrichtigung für eine neue video also haut den button und glocke aktiviere ich möchte 24 abonnent haben jetzt unten und schreibt man auf auf youtube hashtag challenge oder etwas anderes und es wird jetzt so das wieder kommt heute wir haben jetzt schon 0 uhr 23 und ich wünsche euch eine schönen 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 gute nacht vor allem und ja wo immer wo miss